Helmut Griem war ein deutscher Schauspieler und Theaterregisseur. Er trat in großen Rollen an fast allen großen deutschsprachigen Bühnen auf, verschaffte sich aber auch als Film- und Fernsehschauspieler internationale Anerkennung. Leben Helmut Griem wurde als Sohn des Funk-Offiziers zur See Walter Griem und seiner Ehefrau Paula, geborene Rackebrand, in Hamburg geboren. Er machte 1953 sein Abitur und studierte bis 1956 Literaturwissenschaften und Philosophie mit dem Vorhaben, Journalist zu werden. Um etwas Geld für sein Studium zu verdienen, arbeitete Griem nebenbei als Darsteller in halb professionellen Schauspielgruppen. Während eines Engagements bei den Buchfinken wurde Griem, der nach eigenen Angaben nie zuvor an eine Schauspielkarriere gedacht hatte, zum professionellen Theater nach Lübeck verpflichtet. Prompt erhielt er in Lübeck die Titelrolle im Theaterstück Die Regenmacher. Finanziell über Wasser hielt er sich in dieser Zeit mit dem Verfassen von Kurzgeschichten für Zeitungen und Hörspielen fürs Radio. Obwohl er nie eine Schauspielschule besucht hatte, konnte sich Griem innerhalb weniger Jahre als hochgeschätzter Theaterschauspieler etablieren. Ende der 1950er Jahre arbeitete er für Oscar Fritz Schuh am Kölner Theater, was ihm den endgültigen Durchbruch brachte. In den folgenden Jahrzehnten war Griem an allen großen deutschsprachigen Bühnen tätig. So stand er in Engagements am Thalia Theater und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Wiener Burgtheater, an den staatlichen Schauspielbühnen Berlin, an den Münchner Kammerspielen und zuletzt am Residenztheater in München. Er spielte etwa die großen Rollen aus den Stücken von Lessing, Kleist und Goethe, trat aber auch in moderneren Stücken wie von Tennessee Williams auf. Sein Faust, Vom Himmel durch die Welt zur Hölle unter Regie von Dieter Dorn wurde 1988 sogar für eine Fernsehausstrahlung aufgezeichnet. Seit 1960 war Griem auch als Filmschauspieler tätig und er gewann gleich für seinen ersten Filmfabrik der Offiziere einen Bambi als bester Nachwuchsdarsteller. Seinen anschließenden Filmen war dagegen nur geringer Erfolg beschieden, weshalb er sich zeitweise vom Film abwandte. Der internationale Durchbruch auf der Kinoleinwand gelang ihm schließlich 1969 als SS-Obersturmbandführer Aschenbach im Filmklassiker Die Verdammten unter Regie von Luchino Visconti. Mit dem Italiener Visconti sollte Griem drei Jahre später noch mal die Filmbiografie Ludwig II. drehen. Nach dem Erfolg mit Die Verdammten spielte Griem in zahlreichen hochkarätigen Filmproduktionen aus dem In- und Ausland. Im Oscar-prämierten Film-Musical Cabaret von Bob Fosse aus dem Jahr 1972 spielte er etwa an der Seite von Leise Minnelli und Michael York den reichen Baron Maximilian von Heune. Eine seiner bedeutenden Filmrollen war der Hans Schmier in Ansichten eines Clowns, der Verfilmung von Heinrich Bölls gleichnamigem Roman. Zu weiteren bedeutenden Regisseuren, mit denen Griem arbeitete, zählen Volker Schlöndorf, Hans W. Geissendörfer, Rainer Werner Fassbinder und Jacques Rufio. Trotz großer Filmerfolge blieb das Theaterzentrum seiner Arbeit. Vor allem in der Spätphase seiner Karriere inszenierte Helmut Griem auch selbst, so etwa an den Münchner Kammerspielen eines langen Tages Reise in die Nacht von Eugene O'Neill. Mit der Arbeit an dem Boto Strauß Stück die eine und die andere konnte er nicht mehr beginnen. Helmut Griem starb 2004 im Alter von 72 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Er wurde auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf im Bereich der Familiengrabstätte im Planquadrat F14 nahe Kapelle 4 beigesetzt. Griem war seit 1973 mit der Schauspielerin Helga Köhler verheiratet. Aus der Ehe ging ein Sohn namens Philipp hervor.